Guten Morgen meine Lieben! Heute zeige ich euch mal wie es bei Cats Palace morgens abgeht. Allen einen schönen Tag und viel Spaß bei dem Video! Guten Morgen! Ganz normaler Morgen bei Cats Palace. Im Badezimmer wird man beobachtet. Da hinten waren Geräusche. Wir müssen mal gucken. Wir haben hier eine Kletterwand gemacht, wo die Katzen hoch können. Das ist einfach ein alter Teppich und Kratzmatten. Hallo Alma! Und die Alicia. Also Alma und Alicia klettern da immer hoch. Und seit wir die Teppiche da mitverkleidet haben, schaffen es die Jungs auch dort hoch zu klettern. Und dann geht es hier oben auf den Schrank. Das ist zu hell, ne? Sonst kann ich das ja nicht zeigen, wie er da hoch geht. Ja, so sieht das dann aus, ne? Spider-Cat, Spider-Pick, unsere Spider-Cats. Das konnten vorher nur die Mädels. Und jetzt, wo wir die Wand da gemacht haben, können es die Jungs auch. Ja, und jetzt? Da hängt er. Komm wieder runter. Lizzi. Lizzi, Lizzi, Lizzi. Alma. Die andere Spider-Cat. Ja, so geht das hier morgens bei Cats Palace ab, bevor ich dann auf die Arbeit fahre. Man muss ja die Katzen noch ein bisschen bespaßen, nicht? Da stehen noch die Einkäufe von gestern. Ja, ja, allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.